Für alle Zukunftsaufgaben, die wir als Gesellschaft angehen wollen, sei es Energiewende, sei es digitale Infrastruktur, Nachhaltigkeit, all das geht nur mit qualifizierten, mit ausgebildeten Fachkräften. Und alles das geht nur im Handwerk, weil das Handwerk, das sind die, die tatsächlich die Dinge installieren, die sie bauen, die sie backen. Und dafür brauchen wir Fachkräfte. Und die Fachkräfte brauchen die Weiterbildung, um eben mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Die Bildungsakademie der Handwerkskammerregion Stuttgart bietet vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Natürlich unsere Meisterkurse, die Meistervorbereitungskurse Teil 1 bis 4, aber auch technische Weiterbildung, seien es die Servicetechniker im Kfz-Bereich oder im SHK-Bereich. Und wir haben natürlich die ganze Facette von einzelnen technischen Weiterbildungen, die es für die verschiedenen Gewerke braucht. Im betriebswirtschaftlichen Bereich haben wir die Betriebswirte des Handwerks, wir haben die Fachwerte im Handwerk, aber wir haben auch Führungskräfte, Lehrgänge und alles, was sie an Rüstzeug brauchen, um ein Unternehmen zu gründen oder zu führen. Unsere Weiterbildungen richten sich natürlich an Handwerkerinnen und Handwerker. Sie richten sich aber auch an die Beschäftigten in den verschiedenen Betrieben. Das heißt, wir bieten für alle Gruppen im Handwerk unsere Weiterbildungen an. Und wir bieten das sowohl in Vollzeit an, als auch in Teilzeit, sowohl Präsenz als auch digitale Angebote, auch eine Kombination aus beidem, sodass ich in Teilen vor Ort bin, zum Teil aber auch von zu Hause aus mich weiterbilden kann.